Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Crafts Deck. Ich bin hier unten in der Slime Farm, denn noch tschüss Xidox, denn wir machen hier genau in der Slime Farm weiter, denn genau das ist es, was wir vorhaben. Und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen in der Stadtmittel gearbeitet, einfach mal so ein bisschen Pause von dem ganzen Slime Farm Gedönels, aber heute machen wir weiter. Und das erste, was wir machen, wir werden planen, wo unsere Wasser-Sauce-Blöcke hinbekommen. Und ich habe auch schon Lava mitgebracht und ich habe auch schon Schilder vorbereitet und schon Leitern vorbereitet. Ihr seht, ich war fleißig, denn wir haben hier viel zu machen und genau das möchte ich auch machen. Machen, ich möchte machen, machen. Und ich habe schon eigentlich jetzt schon mega viele Slime Balls, so viele werde ich niemals brauchen. Aber ich habe alle Slime Balls, also das ist schon mal cool. So, das hier werde ich jetzt erstmal abbauen und ja, dann brauche ich eigentlich, ne brauche ich eigentlich nicht. Hier möchte ich gerne, hm, erstmal würde ich gerne, ne das brauche ich nicht, aber ich kann mich hier erstmal hochbauen, weil ich muss ja auch ab und zu mal hier hochgehen und das mache ich dann einmal ganz kurz so. Ich werde mir ganz kurz hier in der Mitte, in der mittigen Mitte, der Mitheid, werde ich mir einen kurzen Brunnen bauen, einen unendlichen Brunnen, damit wir hier immer Water haben, so ein Oldschool-Brunnen, ja. Nicht diese neumodischen Dreiteildinger, sondern ganz Oldschool-Brunnen. Und dann werden wir hier und hier und das müsste auch schon einer sein, genau, hier und hier. Ja, das ist blöd, wenn die hier reinfallen. Das ist in der Tat blöd. Hm, das sind Source-Blöcke, ist das egal? Ist mir das egal oder ist mir das nicht egal? Ich glaube, mir ist das egal. Warte mal, aber, warte mal, das kann man doch so machen. Eigentlich, ähm, pass mal auf, das hauen wir hier nochmal kurz weg. So, wohl, die werden sich jetzt wieder verbinden zu Source. Ne, jetzt sind die verbunden. Geht das jetzt weiter? Ne, naja, keine Ahnung. Äh, das hier müssen wir, ne, das wird immer wieder zu Source-Blöcken, ne? Da kann ich machen, was ich will. Ich glaube, das ändert, kann ich bitte hier raus, danke. Haben wir noch, ich hole mir mal ganz kurz Cobbles down. Eigentlich will ich, äh, nur was ganz kleines machen. Eigentlich will ich nur, dass das Wasser abfließt. Aber Wasser, damit habe ich immer ein Problem, Leute. Wenn es um Wasser geht, Sparkasse auf jeden Fall. Das ist, äh, nein, ich mache keine Sparkasse-Project-Placement. Ähm, so, das hier können wir mal eben rausreißen. Wo ich eigentlich Wasser haben will, ist, die beiden Patches hier, die beiden sollen Source-Blöcke sein. Das heißt, hier soll das Wasser rauskommen. Das heißt, hier und hier. Ja, so will ich es haben. Genau so will ich es haben und nicht anders. Und das, äh, nochmal weiter. Auf der anderen Seite eigentlich. Mehr will ich doch gar nicht. So und so. Ja, genau so will ich es haben. Perfekt klappt doch alles. Warum mache ich da denn so ein großes Drupel-Drupel drum? Ne, das ist ja Quatsch. So, dann braucht man natürlich noch mehr Wasser, denn wir wollen die Slimes, wenn die hier unten landen, die fallen dann hier unten rein, plopp. Die müssen dann weitergeschoben werden, bis hier an die Ecke. Und dann, oh, guck mal, noch mehr Slime-Balls. Und dann müssen die hier lang geschoben werden, dann müssen die hier lang geschoben werden und dann gehen die hier rein. Hier, das ist der Aufzug für die Slimes. Da werden die Slimes hochgehen. Und, äh, ja, genau das müssen wir auch mit denen machen. Wir müssen die da irgendwie hochbringen. Und, ähm, naja, das war auch wieder clever, den Aufstieg direkt hier ganz hinten am Wasser zu machen, damit ich da immer wieder schön hinschwimmen muss. Wir brauchen nämlich jetzt Schilder und deswegen habe ich mir ganz viele Schilder vorbereitet. Das ist clever, oder? Wenn wir Schilder brauchen, brauchen wir Schilder. Ich glaube, darauf wäre keiner von euch gekommen. Deswegen bin ich persönlich darauf gekommen. Und, ähm, ich glaube, was wir hier erstmal machen, das ist zwar blöd für die kleineren Slimes, aber das ist mir egal, weil wir, sind wir ehrlich, wir kriegen eh mehr als genug Slimes. Und das wird wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit sein, die ich hier gerade mache, aber auch das ist mir egal. Das wird eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, die funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal so und sage dann, auch von hier muss Wasser fließen. So. Jetzt brauche ich noch einen dritten Wassereimer, weil die sich da nicht verbinden. Muss ich mal ganz kurz holen von drüben. So. Einmal wieder hier hoch. Zack. Nice. Dankeschön. Oder sollte ich lieber sagen Schankedön? Ne, lassen wir es bei, äh, Dankeschön. So. Das ist zwar blöd für die Kleinen, aber ganz ehrlich, ist mir egal. Es ist eigentlich wirklich egal. Die Kleinen bleiben da drunter und irgendwann schwimmen sie vielleicht mal in die Richtung und dann gehen sie da weiter. Das ist mir eigentlich wirklich egal. Es werden sowieso sehr wenige Kleinen hier lang kommen. Wahrscheinlich werden das die meisten Großen sein. Ähm. Das geht dann weiter hier hin und dann machen wir hier an der Stelle. Ähm. Hier läuft noch ein Skelett rum, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal an dieser Stelle auch. Wir haben noch Schilder. Sehr gut. Und dann müssen wir hier auch noch Wasser hinpacken. Ich werde mir hier jetzt nochmal ganz kurz einen Aufstieg bauen. Guck mal, da haben wir doch schon einen Großen. Hallo. Oh, du bist aber schnell. Schnell unterwegs hier, mein Freund. Zack. Umgeschnitzelt. So, du auch. Du auch. Du auch. Und dann seid ihr schon alle tot. Ich werde wahrscheinlich nie wieder eine Erfahrungsfarm brauchen oder sonst was. Ähm. So. Hier brauchen wir aber noch. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz so von unten dran, weil ansonsten kommen wir da nicht völlig vernünftig dran. Dann machen wir das nochmal ganz kurz ab hier. Und dann müssten wir auch eigentlich schon bis hier kommen. Perfekt. Guck mal. Und dann sind wir doch eigentlich schon, was das angeht, ziemlich safe und ziemlich weit. Wir haben sogar drei Eimer. Dann nehme ich mal die drei Eimer zur Hilfe. Hier würde ich mir nochmal ein paar Schilder rausholen, denn wir brauchen noch ein paar mehr Schilder. Aber ich habe einfach mal genug gemacht, so. So. Und dann müssen die Slimes nur noch bis hier. Das mache ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz. Ich reiße das hier mal wieder ab, weil ich kann mir das ja auch auf der anderen Seite kurz aufbauen. Und dann machen wir das so, wie auch auf der anderen Seite auch. Ähm. Diese Ecke. Kennt ihr ja. So. Jetzt ist mir das noch egal, ob die groß oder klein sind, die Slimes. Das spielt aktuell noch gar keine Rolle. So. Und dann hier hin, hier hin, hier hin. Und dann wird das hier hin gespült. Perfekt. Genauso möchte ich es haben. Das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite eben. Dafür brauche ich natürlich wieder Wasser. Höhöhöh. Wäre jetzt gedacht. Ihr wahrscheinlich. Genau du. Du hättest das wahrscheinlich gedacht. Aber der andere dahinter, der nicht. Höhöh. Der andere, weißt du, der kriegt da nichts mit. Okay. Dann machen wir das hier auf der Seite mal genauso. Ich weiß, Leute. Äh. Ihr schreibt bestimmt in die Kommentare in Klümmen. Du hättest viel weniger Schilder benutzen können. Du hättest das so und so machen können. Ich weiß. Es gibt bestimmt andere Wege. Aber das ist jetzt nun mal der einfachste. und der schnell, vielleicht nicht mal der einfachste, aber der für mich jetzt gerade am schnellsten geht. Und weil ich nur diesen Weg kenne. Und deswegen machen wir das auch so. Also, Leute. Schild. So. Das geht dann hier hin. Perfekt. Genauso wie wir das wollen. Und dann müssen wir nochmal ein bisschen Wasser holen. Und dann bringen wir das auch hier hin. Und dann haben wir die Außenseite eigentlich schon mal ziemlich fertig. Weiß ja auch nicht, wie man es etwas ziemlich fertig haben kann. Ziemlich unfertig. Also, entweder es ist fertig oder nicht. Also, ziemlich fertig ist, glaube ich, nicht. Aber gut. Dann fallen die hier runter. Dann müssen wir mal auf dieser Seite weiter gucken. Haben wir direkt das da gemacht? Ich glaube, das haben wir direkt da gemacht an der Seite. Dann machen wir das auf dieser Seite auch nochmal ganz kurz. So. Und dann. So. Perfekt. Und dann können wir... Ja, dann machen wir mal ganz kurz den hier. Ähm, so und so und so. Und den bauen wir wieder ab. Tschüss. So. Dann fließen die auch hier schön vorbei. Die Slimes. Ich habe schon wieder keine Schilder mehr. Gut. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viele Schilder. Und ganz abgesehen davon. Ich mache das auch, weil das viel Schilder verbraucht. Und ich habe so viele Schilder gemacht. Ich werde niemals so viele Schilder brauchen in meinem Leben. Aber hier können wir dann ebenfalls dieses Gedönsel machen. Kennt ihr schon von der anderen Seite. Aber wenn wir damit fertig sind, sollten wir genau das haben, was wir haben wollen. Nämlich, wenn ein Slime runterdroppt, verliert er kein Leben. Ähm, gut. Das ist ein Nebeneffekt. Den wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Aber den haben wir nun mal. Da können wir nichts mehr dran machen. Äh, er verliert kein Leben. Landet im Wasser. Und sobald er im Wasser ist, wird er zwingend... Er kann nirgendwo anders lang gehen. Es kann zwar bei kleinen Slimes ein bisschen was dauern, ja. Aber früher oder später wird jeder Slime hier auskommen. Das ist der Ausgangspunkt für unsere Slimes. Und, äh, genau das ist es, was wir wollen. Und da können wir jetzt weiter mit den Slimes arbeiten. Jetzt brauche ich wieder mehr Schilder. Und zwei Lava-Eimer. Und eigentlich kann ich auch mal die Leitern schon mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich crafte einfach nochmal ganz kurz ein bisschen mehr Leitern. Wird ja nichts machen. Und für alle Leute, die jetzt sagen, Klüm, bist du doof, Slimes können keine Leitern raufklettern. Doch, Slimes können in der Tat Leitern raufklettern. Ähm, wir könnten das zwar auch mit dem Wasseraufzug machen. Würde sogar schneller gehen teilweise. Ne, könnten wir sogar gar nicht mal so einfach. Weil die ganz, ganz kleinen Slimes nicht so nice da hochkommen. Bei Leitern haben wir das Problem, manchmal gehen die Slimes Leitern hoch, manchmal nicht. Wenn nicht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die sich entscheiden, die Leiter hochzuklettern. Sobald sie einmal angefangen haben, die Leiter hochzuklettern, klettern sie auch bis zum Ende hoch. Also alles cool. Ähm, so. Ich baue jetzt hier erstmal wieder ab. Ich baue mir hier nochmal ganz kurz eben so einen Weg hoch. Wir müssen sowieso mal gucken. Wir brauchen ja da oben irgendwie so eine Zentrale oder sowas. Die machen wir dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Jedenfalls sind die Slimes erstmal alle hier. Und müssen hier hin. Ich kann ja schon mal zeigen, wo die Leitern hingehen. Die Leitern gehen genau hier hin. Ja. Wir werden das ganz hochbauen. Die Leitern werden bis ganz nach oben gehen. Und, äh, da werden dann später die Slimes hochklettern. Ich kann ja jetzt schon einfach mal ein bisschen hochgehen. So, hier. Einfach mal hochgegangen. Jetzt habe ich da aus den zwei Leitern gesetzt. Mal gucken, wo die gleich ist, wenn wir wieder runtergehen. Aber im Prinzip müssen wir einfach nur komplett hier hoch. Und ich hoffe, ich habe dafür auch... Da haben wir die Leiter hingesetzt. Seht ihr da? Da an der Seite. Ist ja Quatsch. Die reißen wir mal wieder ab. So. Und, äh, im Prinzip... Ich glaube, wir haben wirklich genug Leitern. Und ich glaube, wir werden auch niemals im Leben so viele Leitern brauchen. Egal. Wir haben die Leitern. Und damit können wir jetzt ganz schöne Sachen bauen. Und da haben wir gerade wieder eine Leiter zu viel gesetzt. Das ist aber blöd gelaufen. Haben wir oder haben wir nicht? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. So. Das finden wir gleich raus, wenn wir wieder runtergehen. So. Hier hoch müssen die Slimes. Und da muss ich gucken, was ich hier mit den Slimes noch... Ne, geht gar nicht hier an der Seite, oder? Da unten ist auf jeden Fall eine Leiter. Wo kommt die denn her? Hui! Feather Falling 4. Und jetzt sind gerade meine Schuhe kaputt gegangen. Sehr gut. So. Dann machen wir das nochmal hier hoch. Und dann, äh, genau müssen wir hier... Genau hier müssen die Slimes hoch. So. Bis zum... Oben hinauf. Die ganz, ganz großen Slimes können die Leiter aber nicht hoch. Und deswegen, äh, sind wir auch noch nicht fertig mit dem ganzen Gedunsel. Hier fehlt noch was. Und dafür brauchen wir auch die Lava. Denn wir wollen, bevor die Slimes hier hochgehen, wollen wir die klein machen. Wir wollen die entweder ganz, ganz klein haben oder so mittelklein haben. Es gibt ja drei Stufen. Klein, mittel, groß. Und nur die kleinen und die mittleren können Leitern klettern. Das ist für uns jetzt... Ja, wir haben definitiv zu viele Leitern gemacht. Das ist für uns ein Problem, weil wir haben, wenn die Slimes hier hinkommen, haben wir auch noch große Slimes. So, und das müssen wir auch noch verhindern. Wir dürfen hier, ähm, keine großen Slimes haben. Deswegen werde ich jetzt mal an dieser Stelle, äh, erstmal die Wasservorrichtung ansetzen. Die, die Slimes überhaupt erstmal hier hinbringt, ja. Weil das brauchen wir ja immer noch. So. An dieser Stelle auch nochmal. Perfekt. Und hier werden wir wieder unseren... Zurückflow Protection quasi installieren. So. Dann können wir das Wasser hier lang bringen. Dann brauchen wir mal eben die drei Wassereimer. Äh, wir brauchen hier vier. Kacke. Das habe ich nicht bedacht. Wir brauchen hier vier Stück. Und auch hier muss die Wand wieder eingesetzt werden. Ich nehme mal ganz kurz... Ja, wir brauchen glaube ich nur noch einen. Den setzen wir mal hier hin. Ne, nicht hier hin. Hier hin. Genau. Und dann... Weißt du was? Wir haben so viele Leitern. Dann können wir die auch mal benutzen, oder? Dann bauen wir uns hier mal so einen kleinen Weg hoch. So. Hier hin werden die gespült. Hier hin und klettern dann hier die Leiter hoch. Vertraut mir. Das zeige ich euch gleich noch. Die Slimes werden früher oder später alle die Leiter hochklettern. Aber erstmal müssen wir die Großen killen. Und das machen wir hier an dieser Stelle. Ja, wir werden hier... Jetzt haben wir da DDD hingeschrieben. Das möchte ich natürlich nicht. Äh, weil ich... Was das angeht... Was das angeht, würde ich das gerne ordentlich halten. Und auch hier an der Seite müssen wir den hier machen. So. Auch hier werden wir wahrscheinlich nicht die volle Anzahl der Schilder brauchen, die ich gerade platziere. Tatsächlich bräuchte ich hier das nächste nicht. Ich mach's aber trotzdem nochmal hin. Hier auch noch ein Schild. Und hier auch noch ein Schild. Und dann brauchen wir oben Blöcke. Ihr kennt die ganze Geschichte schon. Ich glaube, hier würde das sein. Hier und hier. Dann packen wir das weg. Und packen da die Lava einmal hin. Und zwar hier und hier. So. Wenn jetzt nämlich ein großer Slime ankommt, wird der von der Lava aufgehalten. Er bleibt in der Lava, bis er klein ist. Habe ich da schon ein Schleim gehört? Ist hier irgendwo schon ein... Da ist ein kleiner Schleim. Und da könnt ihr schon mal direkt sehen, dass er die Leiter hochklettern wird. Bei einem Slime ist es ein bisschen blöd. Weil manchmal bleiben die Slimes so ein bisschen da hängen. Ja, jetzt will der Slime natürlich zu mir. Er will zum Player. Das heißt, er wird niemals die Leiter hochklettern. Wahrscheinlich, weil er zu mir will. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er jetzt die Leiter hochklettert. Aber wenn wir weit genug weg sind, wahrscheinlich schon. Ich gehe mal ganz kurz weit genug weg. Vielleicht. Ja, guck mal. Ihr seht schon. Der Slime klettert die Leiter hoch. Also, was das angeht, ziemlich cool. Wenn wir jetzt natürlich wieder zu einer Rand kommen, will er uns wieder tracken. Aber der klettert auch die Leiter komplett rauf. Fast komplett. Warum kletterst du nicht die Leiter komplett rauf, du Arsch? Okay, gehen wir nochmal ganz kurz weg. Vielleicht hat er uns doch erkannt. Ja, und wollte dann ein Autogramm haben oder sowas. Kann ja immer mal sein. Wir folgen dem Slime mal so ein bisschen heimlich. Auf seiner Spur. Ist er schon oben? Oder ist er wieder runtergefallen? Hab ich mich doch... Oder? Warte mal. Ne, er ist ganz oben. Er ist ganz oben. Und die Slimes werden auch immer die komplette Leiter hochklettern. Wie ihr aber gerade gesehen habt, kann es manchmal sein, dass der ein oder andere Slime manchmal wieder runterfällt. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Weil die meisten... Und der bleibt sogar oben. Er würde ganz hochklettern. Und das reicht mir, ja. Und das war der erste Slime, der hier hingekommen ist. Und beim ersten Slime hat es schon funktioniert. Und in meinem privaten Test. Ich habe ja eine Testwelt. Da teste ich immer alles aus vorher. Da hat es auch jederzeit funktioniert. Von daher alles safe. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir unsere Spuren hier unten verwischen. Denn so können wir das hier nicht lassen. Und dann müssen wir gucken, dass wir bei den Slimes oben irgendwie eine Art Auffangbehältnis haben. Hier müssen wir wieder alles wegbauen. Und dann sind wir eigentlich fertig mit der Slime-Farm. So. Dann nehmen wir nochmal den ganzen Quatsch mit hier. Und dann machen wir die Truhen kaputt. Leider ohne Axt. Warte mal, haben wir hier noch was drin? Ja, brauchen wir aber alles eigentlich nicht. Außer vielleicht den Cleanstone. Dafür brauchen wir das Doraid nicht. Okay, dann machen wir mehr weg. Und damit ist auch die letzte Truhe weg. Perfekt. Das wollte ich euch jetzt nicht komplett antun. Deswegen haben wir das einfach mal so gemacht. Ich glaube, ich wäre... Oh Gott, jetzt bin ich hier reingefallen. Macht nichts. Ich wollte die Leiter hier sowieso wegmachen. Die Leiter hier werde ich auch nochmal ganz kurz entfernen. Ja, bitte nicht, wenn ich draufstehe. Okay, so. Und dann gehen wir mal hoch. Und werden, während wir hochgehen, auch unsere Leiter hier im Removen. Weil, ganz ehrlich, die brauchen wir auch nicht mehr. So. Also unsere Treppe, nicht unsere Leiter. Das ist ja offensichtlich keine... Ach Gott. Das ist ja offensichtlich keine Leiter. Ja, Peißer, weißt du was? Wir machen das einfach so. Wir machen weg. Bauen uns dann hoch. Müssen dann wahrscheinlich den hier machen. Äh. Blöder Job. Blöder Job. Okay, vielleicht müssen wir noch irgendwann hier runterkommen. Aber ich werde definitiv mal irgendwie so einen Versorgungstunnel hierhin aufbauen oder sowas, dass ich einfach hier runter kann. Das muss, glaube ich, gemacht werden. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Ich werde hier mal ganz kurz noch ein paar Blöcke machen, weil ich muss die andere, andere Plattform noch erweitern. 25, die dürfen aber reichen, glaube ich, sogar. Da machen wir die Plattform nochmal zu Ende. Guck mal, sehr schön. Jetzt haben wir die Plattform da auch fertig. Und dann reißen wir hier alles nach und dann ab. Wir springen eine Stufe hoch, machen die nächste kaputt, springen eine hoch, machen die nächste kaputt. Und die darunter auch noch. So. Machen die hoch, machen die kaputt. Da drunter ist auch noch was. Da drunter ist auch noch was. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. So. Dann können wir hier wieder unsere Stones hinsetzen. Und Fackeln an der Seite. Hier sind gar keine Fackeln an dieser Seite. So. Sind da Fackeln? Ja, sind da Fackeln. Nein. Dann haben wir auch hier... Oh, wir haben hier überall die Fackeln vergessen. Kann das sein? Haben wir etwa die Fackeln nicht vergessen? Äh, nicht dran gemacht? So. Ähm. Guck mal. Das hier dürfte doch alles schon funktionieren. Äh, so. Und irgendwo ist ein Skelett. Ich weiß aber nicht wo. Ist mir aber auch egal. Egal dann. Solange mich das Skelett nicht abschießt, ist alles cool. So. Hier nochmal. So. Dann dürfte alles hell genug sein. Hier an der Seite habe ich schon gesehen. Da ist alles perfekt. Oh, dankeschön. So. Machen wir das weg. Machen wir das weg. Und dann alte Taktik. So. So. Das war mal alte Taktik. Stell dich einfach blöd an, Klümp. Dann passt das schon. So. Ich weiß, dass man drei Blöcke auf jeden Fall removen kann. Deswegen machen wir das mal ganz kurz. Und ich baue mich natürlich vorher wieder einen hoch, damit ich wieder einen runterbauen kann. Es funktioniert ja alles wieder perfekt. Natürlich, Leute. Ich mache... Ich verstelle mich nicht für die Folgen. Merkt ihr. So. Hier. Das haben wir auch nochmal dran. So. Dann können wir an dieser Stelle wieder ganz kurz die Fackeln setzen. Hier und hier. So. Dann dürften wir hier auch alles haben. Der Slime ist sogar immer noch oben. Guck mal. Und das, obwohl wir in seiner Nähe sind. Ich werde mal ganz kurz mal wieder weit eaten. Und währenddessen die Fackeln überprüfen. Da stimmt alles. Da in der Ecke stimmt auch alles. Perfekt. Dann haben wir bis hierhin schon mal eine gute Arbeit geleistet. Dann gehen wir... Warte mal. Ist hier in der Ecke überhaupt ein Close-Down? Ja. Isa. So. Die Geschichte kennen wir schon, ne? Hochbauen, einen wegbauen und nicht den Block unter einem selber abbauen, weil das ist eine blöde Idee. Haben wir schon gemerkt. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir sind fast ganz oben. Der Slime ist immer noch da. Holy Crap. Und jetzt droppt der Slime runter, weil er uns gesehen hat. Aber er kommt wieder hoch. Gar kein Problem. So. Das hier werden wir auch wegreißen, weil das brauchen wir nicht mehr. So. Und ich werde das auch auflassen. Ich wollte am Anfang vielleicht Glas dahin packen oder so. Guck mal. Selbst wenn die runterfallen, nehmen die vielleicht Falsch an. Guck mal. Selbst die Kleinen kommen da ohne Probleme hoch. Ihr seht das. Vielleicht bleiben die da unten kurz hängen, bis sie sich entschließen, die Leiter hochzuklettern. Okay. Die sehen mich jetzt natürlich. Aber früher oder später kommen die alle hoch. Also selbst wenn nicht alle hochkommen, wir hätten so viele Slimes von dieser Farm bekommen. Da ist es eigentlich schon fast sehr irrelevant. Von daher reicht das für meine Verhältnisse vollkommen aus. Mir ist bewusst, dass es bessere Slime-Farms gibt. Aber das hier habe ich selber gemacht. Das wollte ich komplett selber machen. Und es funktioniert dafür ja auch sehr gut. So. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wo kommt unser Room hin. Unsere Dingens. Und ich will die eigentlich dann genau hier haben. Deswegen habe ich mich schon mal hier hingegraben, so ein bisschen. So. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Platz machen. Und ich denke, das mache ich mal ganz kurz so nebenbei. So. Ich habe hier mal ein bisschen Platz gemacht. Habe mich umgeguckt. Wo sind wir? Ich hätte gerne hier so ein Ausguckfenster vielleicht. Und hier an dieser Stelle hätte ich vielleicht sogar, obwohl da dann nie was spawnen wird. Weil das wahrscheinlich zu weit weg ist. Ne, zu nah dran ist. So rum. Hier würde ich gerne, so auf der Höhe vielleicht noch ein bisschen höher. Wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Hätte ich gerne unsere Kommandozentrale für die Slime-Farm. Und wenn wir das hier mal wegreißen. Seht ihr schon. Guckt mal, da sind die kleinen Slimy-Boys. Die werden gleich hier hochkommen. Wir werden die auch hier hochlassen schon. Auch in dieser Folge schon. Aber ich würde sagen, das war es dann so ziemlich, was wir in dieser Folge schaffen. Das hier werden wir noch komplett hochbauen. Hier werden die Slimes ankommen. Und ich werde natürlich diesen Block, den wir da gerade gesetzt haben, beziehungsweise die Leiter, den wir da gerade gesetzt haben, hinter normalen Stone setzen. Das ist klar. Aber grundsätzlich, irgendwo hier sind Hühner. Die machen mich wahnsinnig. Wer hat Hühner in die Höhle gepackt? Ganz ehrlich. Guck mal, guck mal an. Guck mal. Also wir werden jetzt gleich schon Besuch bekommen hier oben. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Also wir werden jetzt schon Besuch bekommen. Das heißt, die Slime-Farm. Guck mal hier. Hallo. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir auf der Seite stehen. Ich werde mich mal ganz kurz hier lang bauen. Und auf die andere Seite gehen. Das müssen wir dann auch cleverer machen natürlich. Wir müssen dann hier noch ein bisschen mehr... Ja, guck mal. Hallo. Hallo. So, guck mal. Zack. Natürlich brauchen wir dann hier mehr Platz und wir müssen irgendwie so ein geiles Hub bauen für die Slimes. Aber guck mal. Die Slimes kommen schon an. Das heißt, unsere Slime-Farm funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Weil, ich meine, wir haben das gerade erst mal gebaut. Ich habe mich hier gerade nur ein bisschen ausgehöhlt. Und wir haben jetzt schon so viele Slimes, die hier hochgekommen sind. Und es sind keine mehr unterwegs. Das sehen wir gerade auch schon. Und ich habe schon wieder einen Stack Slime-Balls voll. Holy Crap. Geht schnell. Aber wenn wir hier oben ein bisschen stehen würden... Und hier oben ist auch nicht die ideale Position. Weil ich glaube, diese Dinger sind zu nah dran. Da kann nichts spawnen, glaube ich. Aber was ich auf jeden Fall mache... Ich werde jetzt erst mal die Verbindung nach hier unten komplett kappen. Weil die stört mich auch so ein bisschen. Die ist so ein bisschen... Die muss da nicht sein. Nicht mehr. Die Verbindung nach hier oben allerdings, die lasse ich noch. Weil wir ja hier noch arbeiten werden. Deswegen lasse ich die Verbindung mal. Aber wir müssen da unten eigentlich gar nicht mehr hin. So, wenn hier jetzt Slime spawnen. Irgendwo in diesem Gedönsel. Ich mache hier auch nochmal ein bisschen mehr Platz. Wenn hier Slime spawnen. Irgendwo in diesem Gedönsel. Werden die irgendwann früher oder später unten in den Wassergraben fallen. Das dauert natürlich so ein bisschen seine Zeit. Und dann werden die früher... Dann werden die 100%... Wir können auch hier runter gehen. Jetzt fällt mir gerade ein. Die spawnen auf einer dieser Spawningflächen. Euch ist das Prinzip mittlerweile schon allen klar. Die spawnen irgendwo. Gehen dann irgendwann an den Rand. Springen runter. Fallen runter. Fallen in das Wasser. Werden vom Wasser hierhin getragen. Die ganz Großen werden klein gemacht. Und klettern dann früher oder später die Leiter rauf. Und der ist noch gestorben. Weil wir da hinten mal standen. Und die ganzen Slimes zu uns wollten natürlich. Sobald die hier oben sind. Eine bestimmte Höhe erreicht haben. Werde ich die mit einem Wasserstream weiter befördern. Und zu einer Kammer geleiten. Wo ich die alle killen kann. Hier unten wird dann quasi unsere kleine... Voroperationsbasis sein oder sowas. Aber allgemein funktioniert das schon mal. Ich mache mal das Hut aus. Weil euch das wahrscheinlich wieder stört. Ich habe das aber ganz gerne da. Weil man nützliche Infos bekommt. Und ja. Dann sind wir soweit eigentlich fertig. Wir sind eigentlich durch. Wir müssen nur noch die Kammer bauen. In der die Slimes dann rauskommen. Und ich möchte eine Zusatzfunktion haben. Ich möchte nämlich. Dass die ganz kleinen Slimes. Zu uns nach oben in die Base geschickt werden können. Denn ich bräuchte ein paar Slime-House-Liefer haben. Und dafür ist es doch ganz cool. Aber Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Dass ihr zugeschaut habt. Wir haben wieder viel, viel, viel geschafft. Wir haben die Slime-Farm eigentlich soweit fertig. Und ich würde sagen. Alter, das ist wirklich riesig hier. Ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft CrowdStack. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt. Gibt einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und tschüss mit Ö. A, B, C, D, F, G oder so. Tschüss.